Der kommt Servois, der versteht die Welt nicht mehr. Der kommt hier überhaupt nicht zurecht. Dabei gilt er als einer, der die großen Schanzen mag. Ob vorgestern, ob gestern, ob eben. Wie ausgewechselt? Ja, zieht auch den Sprung etwas mit dem Oberkörper an. Also kommt der Druck nicht gleichmäßig stabil aus den Beinen heraus. 131,5. Das ist nichts. Das ist viel zu wenig auf diesem Riesenbock.